Da vergesst du zu sagen, mein Tacho ist kaputt. Ich sehe gar nicht, wie schnell ich fahre. Deswegen kann es auch zwischendurch sein, dass ich einfach zu schnell fahre und mich einfach mitreißen lassen. Untertitelung. BR 2018 BR 2018 BR 2018 Musik 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 Was haben wir mit der Geschwindigkeit? Ich habe eigentlich gemerkt, ich habe vergessen zu sagen, mein Tacho ist kaputt, ich sehe gar nicht wie schnell ich fahre Deswegen kann es auch zwischendurch sein, dass ich einfach zu schnell fahre, dann einfach mich irgendwie mitreißen lassen Wir fangen jetzt noch ein bisschen in die Landstraße und dann fahren wir gleich zu einer Motorradstrecke, die ich kenne, Richtung Nordkirchen Da habe ich irgendwann so gut eingefallen, da können wir rumfahren, wenn du Bock drauf hast Musik 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.